Bilder von den Malediven, die nun international für einige Aufregung sorgen. Polizisten packen eine junge Urlauberin und schleppen sie weg. Der Vorwurf, die Britin habe unangemessene Kleidung in der Öffentlichkeit getragen, heißt ein Bikini außerhalb von Hotelanlagen, in denen solche Kleidung erlaubt ist. Die Bevölkerung auf den tropischen Inseln im Indischen Ozean ist überwiegend muslimisch. Nachdem ein Video des Vorfalls weltweit in den sozialen Netzwerken geteilt wurde, ruderte die örtliche Polizei zurück. Ich entschuldige mich bei Touristen und der Öffentlichkeit dafür. Ich will für eine Professionalisierung des Polizeidienstes sorgen. Daran arbeiten wir. Diese Angelegenheit wird untersucht. Die Malediven leben überwiegend vom Tourismus. Die britische Urlauberin ist inzwischen abgereist. Zurich an. Die Maledivenizione Das lässt sich ebenso auch in einer Streckezilvensonasta. Der R клubs sollறan organ werden über fast die Urlauberin Berndlich. Ja, der R compass wird dann sofort überwiegend reingehen, als ich mich zu gew stere. der R accompzauner트가б dean.